Ich hab'n Diskussionen satt. Wenn ich mich mit einer Frau unterhalte, hab' ich noch lang keinen Sex. Ich ertrack das nicht. Ich ertrack das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Junge, warte noch mal ab. Verpiss dich. Weißt du was? Du bist krank. Wollen wir in diesem Mal auch wieder nicht festnageln. Die Aussagen dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da kann man ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um neun Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Mit mir drinnen oder draußen? Ich hoffe es will es mir erst mal sehen. Alle einzige Dear Das Untertitelung des ZDF, 2020